Musik Mein Name ist Frieder. Ich beschäftige mich momentan mit Lernkultur, schreibe darüber meine Dissertation und habe am ISB mit Medienentwicklung zu tun. Von daher würde ich mir in meiner Session die drei Texte geben. Lernkultur, systemische Didaktik und gespannt. Denn Kultur ist ein Modewort geworden und die wenigsten gucken dahinter, was eigentlich sich da verbirgt. Also ein bisschen die Tiefe sich näher anzuschauen, finde ich ganz spannend. Ich glaube auch, Kultur könnte uns helfen, wegzukommen von zu komplexen Steuerungsmodellen. Also es hilft dabei, sich zu orientieren. Und vor allem ist mir wichtig, mit Kultur rückt man wieder den Menschen in den Vordergrund. Und ganz wichtig, die Beziehungen zwischen dem Mensch und anderen Menschen oder bestimmten Dimensionen. Da würde ich später noch ein, zwei Sätze zu sagen. Das Ziel meiner Session ist, dass ich einen Überblick gebe über den Begriff Lernkultur und über die Konzepte, die dazu momentan vorhanden sind. Also auch ein Stück weit zu vergleichen und nachzuzeichnen, was hier in den letzten Jahren entwickelt wurde, wie das zusammenhängt. Und insbesondere dabei ein, zwei Konzepte vom ISB und auch von der Uni St. Gallen vorzustellen und damit weiterzudenken. Im Idealfall würden alle Teilnehmer an der Session für sich eine Vorstellung haben, was Lernkultur meint und wie man damit produktiv umgehen kann, um Lernsettings zu gestalten. Und, jetzt für mich, das Eigeninteresse, ich möchte gerne hören und sehen, welche Fragen sich andere stellen, wenn sie mit Lernkultur konfrontiert sind. Ja, Stichwort nachzeichnen heißt, ich möchte noch mal gucken. Vor grob 20 Jahren haben wir den Begriff Lernkultur eingeführt oder wurde er zum ersten Mal genannt. Und seitdem hat sich doch einiges getan. Es gibt ein sehr unterschiedliches Verständnis, jenseits von diesem Hype, den ich jetzt am Anfang skizziert habe, hin zu wirklich einigen soliden Konzepten. Und da ist eine Entwicklung dahinter. Und es haben sich Stränge herausgebildet. Und da, glaube ich, lohnt es sich, noch mal genauer hinzuschauen, um dann auch auf Dimensionen oder Beschreibungsfaktoren zu kommen. Beschreibungsmodell heißt für mich, man kann Lernkultur entweder normativ betrachten, also wo ich anfange, Werte zu verbinden mit einer bestimmten Kultur, zu sagen, was ist eine förderliche Lernkultur, die ich anstrebe, bestimmte Dinge zu erreichen. Oder ich kann es einfach deskriptiv angehen. Also ich kann beschreiben, was sehe ich denn, was für eine Art von Kultur habe ich denn hier vor mir. Und in dem Fall geht es darum, das St. Gallener Modell näher zu betrachten, mit verschiedenen Dimensionen, so etwas wie individuelle Perspektive oder Organisation. Und zum Zweiten das ISB-Modell sich anzuschauen mit verschiedenen Scheinwerfern. Und dann zu gucken, was ist denn da noch offen, wie könnte das denn weitergehen und wie könnte man das noch anders beleuchten. In der Session soll es so sein, dass sich jeder was mitnimmt und gleichzeitig aber auch, dass nicht alle Fragen beantwortet sind, sondern dass es ein Stück weit in einem arbeiten kann, dass wir auch in einen guten Austausch kommen. Drum ist die Idee, ich werde grob zehn Minuten vorstellen, was ist denn die Problemlage, die wir haben und wie hat sich denn der Begriff entwickelt. Dazu noch kurz die beiden genannten Konzepte. Und dann würde ich gerne eine halbe Stunde diskutieren und sammeln und gucken, was ist denn da passiert. So ähnlich, wie wir das auch schon zweimal gemacht haben auf einem Barcamp vor einem Jahr und vor einem halben Jahr etwa in Frankfurt und Zürich. So ähnlich, wie wir das auch schon sehen, wie wir das auch schon sehen, wie wir das auch schon sehen.